Ja, super. Perfekt. Jetzt machen wir mal folgendes. Ich spiele die rechte Hand und du spielst die linke Hand unter mir durch. Okay? Nora spielt jetzt das Stück Thoughtful aus dem ersten Band von Five Steps to Music. So, Nora, lass uns das Stück Power Break probieren. Wieder aus dem ersten Band von Five Steps to Music. Und vielleicht beginnen wir jetzt einmal mit den Vorübungen. Das sind so Ixall-Noten. Das heißt, diese Sache kann man am Klavierdeckel klopfen. Perfekt. Können wir jetzt da mal tauschen? Deine linke klopft da. Perfekt. Perfekt. Jetzt machen wir die linke Hand einmal kurz. Jawohl. Da steht Em drüber. Was könnte denn das heißen? Emol. Emol. So, Nora, jetzt spielen wir das Stück Power Break. Cool. Okay. 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 Okay.